Musik Holli, ich geh's dir heute so richtig an den Fragen, du Miststück. Wieso denn mir? Ich hab nichts gemacht. Du hast mir doch die Haare abrasiert. Hey, den Scheiß hab ich gemacht. Ja, keine Ahnung, wer dir die Stücke Glatze damals verpasst hat, aber ich war's ganz bestimmt nicht. Klar warst du es. Du warst ja schon immer eifersüchtig auf mich und meine tollen Haare. Hey, ich scheiß auf deine blöden Haare. Ich hab mit deiner Glatze überhaupt nichts zu tun. Aber du hast mir den Rohrleiniger unter die Harko gemischt, du dummes Stücke. Auch wenn ich finde, dass du es wirklich verdient hast, ich war das nicht. Jetzt reicht's halt bloß deine dumme Kaffee. Na gut auf deine blöden Klappen, da kommst du sowieso nur Mist raus. So, die Damen, entschuldigen, ich hör das bis in den Gerichtssaal. Was ist denn hier los für ein Gekeife? Wissen Sie nicht, wie man sich hier benimmt? Ich weiß schon, wie man sich zu benehmen hat, aber die da hat null Anstand. Hey, ich mein, du hast doch angefangen, oder? Also bitte, jetzt mal ein bisschen. Du kleiner Spacko schon wieder da, ha? Ich hab dir schon groß mal gesagt, dass ich es hasse, wenn du mich filmst. Hör auf mit dem Scheiß. Steh doch hier bloß so rum. Haben Sie wirklich gerade ein Video von den Damen gedreht, oder wie? Vielleicht. Vielleicht, das könnten wir nachprüfen. Sie wissen schon, dass das strafbar ist, ne? Entschuldigung, ja. Ich kann sowieso nicht verstehen, was du an der da so toll findest. Hey, jetzt war ich's. Komm her, ich hab noch mehr für mich, ja? Ich hab noch mehr für mich. Junge Dame, Sie halten sich jetzt zurück, Sie halten sich zurück. Was soll denn der Staatsanwalt denken, wenn er Sie sieht? Es geht um Ihre Verurteilung. Wollen wir so einen Eindruck hinterlassen, oder wie? Ich würde mal sagen, wir beide gehen schon mal in den Gerichtssaal, aber das bringt ja hier überhaupt nichts mit den beiden. Ja, lass dich mal lieber zusammenschenken. Sie sind jetzt ruhig. Jetzt kommen Sie bitte mit. Ja, ja, ist ja gut. Die regt mich einfach so auf. Jetzt kommen Sie bitte mit. Geh. Janine Haberstedt, geboren 15. Februar 1991 in Darmstadt, wohnhaft in München, ledig Auszubildende zur Kosmetikfachverkäufe. Am 2. Juni 2009 gegen 17 Uhr schlich sich die Angeklagte im Münchner Kosmetiksalon Luf in den Aufenthaltsraum und nahm aus der Flasche ihrer Kollegin Sabrina Kreuzer heimlich eine Flasche Haarkur. Diese tauschte sie gegen eine äußerlich gleichaussehende Flasche aus, in der sie zuvor hochkonzentrierten Rohrreininger mit der Haarkur vermischt hatte. Wie von der Angeklagten beabsichtigt, benutzte Sabrina Kreuzer die vermeintliche Haarkur noch am Abend desselben Tages. Als nach ca. 5 Minuten Einwirkzeit ihre Kopfhaut anfing zu brennen, wusch Sabina Kreuzer die Flüssigkeit zwar sofort aus, das darin enthaltene Natriumhydroxid hatte jedoch bereits zu starken Verätzungen der Kopfhaut geführt. Um diese bestmöglich behandeln zu können, mussten ihr zudem im Krankenhaus die stark angegriffenen Haare komplett entfernt werden. Die Angeklagte tat dies aus Rache, weil sie überzeugt davon war, dass Sabrina Kreuzer die Angeklagte nach einer Party im Schlaf gefesselt und ihr die Haare abrasiert hatte. Die Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt, strafbar, gemäß dem § 223 Absatz 1. Die Anklage haben Sie jetzt gehört, wollen Sie sich dazu äußern? Ich habe Sabrina die Haarkur mit dem Rohrreiniger nicht untergeschoben. Ich habe überhaupt keinen Grund für seine dämliche Aktion. Ach so, dann ist Ihre schicke Kurzhaarfrisur, die Sie momentan tragen, von selber entstanden. Nein, ist sie nicht, aber trotzdem. Sie hatten ja zuvor sehr lange Haare. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie jetzt ganz kurze Haare, obwohl Sie das ja offensichtlich nie wollten? Dass jetzt alles auf dieser scheiß Party passiert. Am Samstag, bevor Sabrina das mit ihren Haaren passiert ist, war ich mit meinem damaligen Freund Mirko auf einer Garagenparty bei Freunden. Sabrina hat mich absichtlich so abgefüllt, dass ich gegen zwei nicht mehr alleine stehen konnte. Also habe ich mich auf eine Bierbank gelegt. Und da bin ich auch direkt eingeschlafen. Und wann sind Sie wieder aufgewacht? Ja, irgendwann morgens. Ich habe total die Panik bekommen, weil ich nichts mehr sehen konnte und mich auch überhaupt nicht bewegen konnte. Ja, gesehen haben Sie deswegen nichts, weil Sie da Klebeband vor den Augen hatten, oder? Und dann waren Sie auf der Bank auch festgeklebt. Ja, das stimmt. Was haben Sie dann gemacht? Ich habe angefangen zu schreien. Ich hatte totale Panik. Irgendwann ist dann auch mein Freund Mirko gekommen und hat sich total totgelacht. Ja, Ihr Freund hat dann vor allem noch ein Foto von Ihnen gemacht, wie Sie auf der Bierbank lagen. Das haben wir hier. Das hat er mit seinem Handy gemacht in der Garage da drin. Und da sieht man ganz deutlich, dass Ihr ganzer Körper da auf dieser Bierbank mit dem Klebeband festgeklebt war. Das war so eine Scheiße, echt. Ich war einfach so betrunken, dass ich nicht mal bemerkt habe, dass Sie mir Klebeband über die Augen gemacht haben. Ich habe so Panik bekommen, da habe ich mir die Dinger einfach abgerissen. Und dabei sind mir Augenbrauen und Wimpern rausgerissen. Ich sehe auf dem Bild aus wie ein Alien. Aber sind Sie eigentlich sicher, dass Sabrina Kreuzer für diesen zugegebenermaßen nicht besonders lustigen Scherz verantwortlich war? Ja, ist sie auch. Auch wenn man es bis jetzt nicht beweisen kann. Ja gut, aber haben Sie ja nicht Rache geschworen für die Aktion? Nein, habe ich nicht. Ich bin zur Polizei gegangen und habe denen alles erzählt. Aber die kriegen irgendwie auch nichts auf die Reihe. Ja, es sind dann natürlich sofort die Ermittlungen eingeleitet worden. Das ist ja ein Beweis dafür, dass die Sache überhaupt stattgefunden hat. Aber es gab keine Beweise gegen Sabrina. Alle Leute, die auf der Party waren, haben ausgesagt, dass sie nicht gesehen haben, wie das mit ihnen passiert ist. Ja, mag ja sein, dass Sie das sagen. Aber alle miteinander wissen, dass es Sabrina war. Es ist eigentlich völlig egal, ob die Frau Kreuzer in den Kopf geschoren hat oder nicht. Fakt ist jedenfalls, dass Sie davon ausgegangen sind. Und das war das Motiv dafür, dass Sie der Frau Kreuzer letztlich diesen Rohrreiniger in die Haarkur geschüttet haben, mit der Sie sich dann letztlich auch die Kopfhaut verätzt hat und wodurch die Haare abrasiert werden mussten. Das ist doch Schwachsinn. Ich habe das nicht getan. Sie wissen zumindest, wie unangenehm es ist, wenn man eine Glatze hat. Das ist klar. Für Sie beide ist es ja nicht so toll im Kosmetikladen jetzt. Mit kurzen Haaren inzwischen, mit verätzt, mit der Kopfhaut. Sie arbeiten ja beide da in dieser Parfümmöie Louvre. Ja, die langen Haare waren unser Kapital. Ja, klar. Und waren Sie an dem Nachmittag des 2. Juni da auch in der Parfümmöie und haben gearbeitet? Nein, ich war nicht da. Ich bin dann am Nachmittag zum Arzt gegangen, habe mich krankschreiben lassen, weil ich wegen der Glatze und wegen der ganzen Geschichte mit den Nerven einfach völlig am Ende war. Auf dem Heimweg bin ich dann zu meiner Tante in die Filiale gegangen. Sie ist Filialleiterin im Louvre. Aber ich bin direkt danach sofort nach Hause gegangen. Also waren Sie dann auf jeden Fall kurz schon da. Waren Sie da auch im Aufenthaltsraum? Nein, war ich nicht. Ja, aber wie kann es dann sein, dass Sie ein Zeuge beobachtet hat, wie Sie zunächst in Richtung Aufenthaltsraum gegangen sind und dann wieder von dort mit einer Flasche Haarkur rausgekommen sind? Der lügt. Ah, der lügt. Der kleine Herr, die putze vom Laden gegenüber, lügt doch wie gedruckt. Der hat sie sowieso nicht mehr alle. Ja, ganz so drastisch müssen wir das nicht ausdrücken. Es geht hier um Lutz Schulze. Und ich meine, ein komischer Kauz ist er irgendwie schon. Ich habe vor der Verhandlung mitbekommen, dass er in der Öffentlichkeit häufig einmal Videos von Sabrina macht. Und anscheinend ist er auch irgendwie schwer verliebt im See, ne? Das stimmt. Der sitzt den ganzen Tag im Laden gegenüber und glotzt zu uns rüber. Und macht andauernd komische Videos von Sabrina. Das ist offensichtlich auch sehr hartnäckig. Sabrina reagiert leider nicht gerade sehr freundlich darauf. Sie teilt ihm eine Abfuhr nach der anderen, was aber angesichts der Hartnäckigkeit auch nicht unbedingt ein Wunder ist. Aber auf jeden Fall ist sie nicht besonders einfühlsam. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diesem Lutz dann letztendlich irgendwann mal der Kragen geplatzt ist, wenn er dann auch immer gedemütigt wird. Und er wollte sich für diese harten Abweisungen letztendlich wahrscheinlich rächen, ne? Ja, das glaube ich auch. Noch weitere Fragen? Danke, eine Angeklagte. Setz dich bitte zum Herrn Verteidigerwitter in die Beweisaufnahme. Ein Sabrina Kreuzer, bitte. Sabrina, guten Tag, nimmst du da bitte hier vorne Platz? Und nachdem Sie 17 Jahre alt sind, ist es für Sie okay, wenn ich Sie entsprechend der Gepflogenheiten hier mit dem Vornamen anspürche? Klar. Ja. Gut, Sabrina, als Zeugin müssen Sie ja die Wahrheit sagen, das ist klar, sonst würden Sie sich strafbar machen. Mach ich. Sie heißen Sabrina Kreuzer, 17 Jahre alt, wohnen in München. Sie sind ledig Auszubildende, jetzt als Medikfachverkäuferin, verwandt oder verschwägt mit der Angeklagten sind Sie nicht. Der Angeklagten wird ja vorgeworfen, Ihnen am Nachmittag des 2. Juni 2009 diese Flasche Harkur hier untergeschoben zu haben, in diese zuvor Rohrreiniger hineingemischt haben soll. Das Ganze soll aus Rache passiert sein und zwar, weil sie davon überzeugt ist, dass bei einer Garagenparty, die vorher stattgefunden hatte, Sie ihr den Kopf rasiert haben sollen. Also in der ganzen Geschichte wird ja nach wie vor auch gegen Sie ermittelt, also wegen dieser Garagenparty-Geschichte. Deswegen belehr ich Sie, 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten würden. Ja, ich weiß, aber ich habe nichts zu verbergen. Ich habe mit Ihrer blöden Glatze rein gar nichts zu tun. Die spinnt einfach. Und ob du was mit meiner Glatze zu tun hast? Du warst doch schon immer neidisch auf meine Haare. Fangen wir mal so an. Am späten Nachmittag des 2. Juni 2009, haben Sie da die Angeklagte gesehen? Ja, also ich habe mitgekriegt, dass sie so gegen 17 Uhr bei uns im Laden war. Sie hat dann eben ihre Krankmeldung abgegeben. Haben Sie auch mit ihr gesprochen? Nee, nee, also ich habe sie gesehen und bin dann gleich zurück ins Lager, weil ich mir A, ihr blödes Genülle nicht wieder anhören wollte. Und B, habe ich an diesem Tag natürlich für zwei geschuftet, weil Madame hier krank machen musste. Ich habe nicht krank gemacht. Ich war mit den Nerven einfach völlig am Ende. Ich kann mich doch nicht in den Laden stellen mit einer Glatze und den Leuten Shampoo empfehlen. Ja, du hättest auch mal ein bisschen im Lager arbeiten können, aber nein, dafür bist du dir natürlich zu fein. Wie lange haben Sie dann an dem Tag gearbeitet? Ziemlich lange. Also gegen halb acht war ich fertig, dann bin ich in den Aufenthaltsraum, Tasche geschnappt und nach Hause gegangen. Ist es richtig, dass Sie an dem Tag eine Flasche dieser Harkur mit nach Hause genommen haben? Ja, das stimmt. Also ich bin in der Mittagspause ins Lager, dann habe ich das an der Kasse bezahlt und in den Aufenthaltsraum meine Tasche reingetan. Ja, genau das hat sie sowas von ausgenutzt. Sie wusste nämlich ganz genau, dass ich jeden ersten Montag im Monat mir diese Harkur hole. In diesem Monat war es eben der Dienstag, weil der Montag ja ein Feiertag war. Das ist doch Blödsinn. Ich war an dem Dienstagnachmittag nicht im Aufenthaltsraum und ich habe auch echt andere Probleme als deine blöde Harkur. Von wegen. Du hast es geplant gehabt, Janine. Ja, du hättest diese blöde Krankenmeldung auch per Post schicken können oder deine Tante hättest abholen können. Aber nein, du hättest natürlich was vor. Ja. Wann haben Sie dann gemerkt, dass mit der Harkur was nicht in Ordnung ist? Na, ziemlich schnell. Also ich bin dann abends duschen gegangen, habe mir die Harkur rein, Handtuch drungen, damit es einwirken konnte. Ja, und dann nach circa vier Minuten habe ich halt gemerkt, dass es tierisch angefangen hat zu brennen. Es hat sowas von, es hat so weh getan. Ich kann das nicht mal mehr mit Worten schreiben. Haben Sie das Harkur dann direkt ausgewaschen? Ja, ich habe es zumindest versucht. Also mit lauwarmen Wasser ist es natürlich viel schlimmer geworden. Ja, ich hatte überall offene Stellen am Kopf und meine Haare waren natürlich total am Arsch, von der Kopfhaut ganz zu schweigen. Und dann irgendwann hat es halt nicht mehr aufgehört zu brennen, dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und die haben mir den Rest gegeben. Die meinten, die könnten mir nicht helfen, wenn sie mir die Haare nicht komplett abschneiden würden. Ja, das haben sie dann auch getan. Laut Laborgutachten, das ich hiermit verlese, befand sich in dieser Flasche handelsüblicher Rohrreiniger, der vor allem Natriumhydroxid beinhaltet. Wer hätte denn Gelegenheit gehabt, da im Aufenthaltsraum, in ihrer Tasche, die Flasche auszutauschen oder mit Rohrreiniger zu versetzen? Naja, also die fünf bis sechs Mitarbeiter hätten Gelegenheit gehabt. Aber eigentlich ist der Raum für jeden zugänglich, weil er nicht abgesperrt wird. Naja. Haben Sie eigentlich nicht gerochen, dass mit der Haarkur irgendwas nicht stimmt? Nee. Das riecht schon sehr stark nach Chlor. Man hätte es nicht drauf gemacht, wenn ich es gerochen hätte. Ja. Laut medizinischem Gutachten, das ich ebenfalls hiermit verlese, haben Sie erhebliche Verätzungen an der Kopfhaut erlitten. Um die behandeln zu können, sind Ihre Haare abgeschnitten worden. Die werden aber wieder nachwachsen. Also im Gutachten hier steht, dass dauerhafte Schäden weder an Haaren noch an der Kopfhaut zu erwarten sind. Ja, Gott sei Dank. Sonst könnte ich meine Lehre komplett vergessen. Ja. Also ich habe ein Foto auch hier, wie Sie vorher aussahen mit langen Haaren. Sie hat ein ziemlich langes Haar, ja? Ja. Bis das wieder so lang wird, das dauert bestimmt eine Ewigkeit. Und der ganze Schlamassel, nur weil die sich da eingebildet hat, ich hätte ihr die Haare abrasiert. Hat sie Ihnen das mal so direkt vorgeworfen? Oh ja. Sie hat mich direkt nach dieser Party am Sonntagnachmittag angerufen und mich total zu Schnecke gemacht am Telefon. Ja. Sie meinte von wegen, ob ich überhaupt wüsste, was ich hier damit antue und wie schrecklich das alles sei. Und dann hat sie mir auch noch gedroht. Ja, du wirst schon noch sehen, was du davon hast und wie schlimm es ist, eine Glatze zu haben. Ja, aber das bedeutet doch ganz klar, dass die Angeklagte die Tat bereits am Tag nach der Garagenparty geplant hatte. Das ist doch Blödsinn. Ich gebe zu, dass ich mich darüber aufgeregt habe, dass sie mir die Glatze rasiert hat. Aber ich habe ihr nicht gedroht. Von wegen? Du hast total getobt am Telefon. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, was du eigentlich von mir willst. Ich kaufe dir deine Unschutznummer hier nicht ab. Du hast mir den Schädel rasiert. Ich weiß ganz genau, wie neidisch du immer auf mich und meine Haare warst. Und du hast dich auch schon immer benachteiligt gefühlt. Ja, das mit dem benachteiligt gefühlt stimmt ja auch. Ich meine, du darfst immer auf diese geilen Seminare, auf die tollen Weiterbildungen, ja? Und ich, ich sitze den ganzen Tag in diesem blöden Lager rum. Dafür kann ich doch nichts. Ich bin einfach besser im Job als du. Du solltest dich lieber mal ein bisschen mehr anstrengen, anstatt mir mein Kapital zu nehmen. Wer will denn schon eine Kosmetikverkäuferin ohne Haare? Ja, stimmt. Eigentlich fand ich es doch gar nicht so schlecht, dass du mal nicht da warst, ja? Dann konnte ich mal vielleicht zeigen, was ich kann. Deine Tante, die behandelt dich immer super und lässt mich immer links liegen, ja? Glaubst du ernsthaft, dass ich mir darüber Sorgen mache, dass du mich im Job ausstechen könntest? Ja, na klar. Sabrina, es ist doch total albern. Du hast doch nichts drauf. Das Einzige, was du kannst, ist Gemeinsein. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass wir zwei mal beste Freundinnen waren. Ja, ich auch nicht. Denn du wirst immer so ein Miststück. Also jetzt lassen wir das bitte mal, ja? Beide. Ja, aber es ist wahr. Sie war wirklich noch nie besonders nett zu mir. In der Schule hat sie mir natürlich immer meine Freunde ausgespannt. Und dann, an der Schule, war sie wieder der Star. Und jetzt in der Ausbildung drängelt sie sich auch ständig in den Vordergrund. Das ist doch Schwachsinn. Ich bin einfach besser als du im Job. Das stimmt nicht. Hinter deinen langen Haaren und deinen schönen Wimpern steckt rein gar nichts. So. Und dann wollten sie es der ganzen Welt mal zeigen, nicht? Und dann haben sie meiner Mandantin deswegen die Haare abrasiert, damit sie sich dahinter nicht mehr verstecken kann. Ganz bestimmt nicht. Sie haben es aus Rache getan. Vielleicht auch, weil sie wieder mal einen Jungen an sie verloren hatten. Nein. Erzähl sie doch mal, was da mit dem Jungen vorgefallen ist. Also es war so, ich hatte einen Freund, den Mirko. Und er ist seit ein paar Wochen. Also es lief auch alles ganz toll. Und er hat mich sogar ab und zu in der Arbeit besucht oder mich so vermisst hat. Ja, und das ist mir dann auch zum Verhängnis geworden. Weil er dann die schöne Janine gesehen hat. Natürlich hat die sich sofort an ihn rangemacht und immer betascht und sowas. So ein Schwachsinn. Ich war einfach nur nett zu ihm. Wie zu jedem anderen Menschen auch. Hey, du hast dich sowas von an ihn rangemissen. Das war nicht mehr normal. Und? Hat sie das geärgert? Nee, wieso? Also, ich bin über den Kerl hinweg. Es gibt ja schließlich noch andere Männer auf der Welt. Ja, genau. Ja, ja. Rät es dir doch nur ein. Du warst doch schon immer eifersüchtiger auf mich und meine tollen Haare. Sabrina, ich bin mir sicher, dass Sie auf der Garagenparty zum Rasierer gegriffen haben. Sie wollten sich für die Demütigung, die Sie über die Jahre erfahren mussten, endlich mal rächen. Sie haben mir den Kopf rasiert. Das ist Schwachsinn. Ich habe überhaupt nichts mit Ihrer Glatze zu tun gehabt, ja? Ich habe völlig zu Unrecht meine Haare verloren. Denn ich bin hier das Opfer. Nur ich, klar? Ich bin allerdings überzeugt, dass meine Mandantin mit der Haarkur gar nichts zu tun hat, ne? Sie hat Ihnen das gar nicht untergejubelt. Insofern hat sie auch mit Ihrer Glatze nichts zu tun. Ja, klar. Wer dann? Lutz Schulze? Der kleine Spacko von nebenan aus dem Händen. Ja, klar. Der kleine Spacko von nebenan, ne? Glaube ich im Leben nicht. Mit dem hatten Sie vielleicht schon mal ein Problem? Nö, wieso? Naja, weil Sie von sehr genervt gewirkt haben, als der mal wieder ein Filmchen von Ihnen gedreht hat vor dem Gericht, ne? Und für mich hat das auch so ausgesehen, als wäre es nicht das erste Mal gewesen. Ja, er filmt halt ständig. Er filmt jeden verdammten Schritt von mir. Und er checkt nicht, dass ich nichts von ihm will. Ja, haben Sie dem Lutz Schulze schon mal gesagt, dass Sie nicht ständig von ihm gefilmt werden wollen? Ja, natürlich. Also nicht nur einmal. Ich habe es mit 100 Pfeil gesagt, aber hört einfach nicht zu. Er will sich checken. Gibt es noch Fragen an die Zeugin hier? Danke, nein. Nehmen Sie mal bitte den Platz. Lutz Schulze, bitte.